Februar 2024. Die Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette wird festgenommen. Sie gehört zur sogenannten dritten Generation der Roten Armee-Fraktion RAF, über die wir bis heute nur wenig wissen. Wieso ist das so? Seit 1970 begeht die linksextremistische Terrorgruppe RAF 34 Morde und weitere schwere Verbrechen. Ihr Ziel ist der Umsturz des politischen Systems. Ab 1982 ist die dritte Generation der RAF aktiv. Sie will den Kampf internationalisieren, arbeitet auch mit Terrorgruppen aus dem Ausland zusammen. Bis 1991 begeht die Gruppe Neuen Morde. Unter den Opfern sind unter anderem Politiker sowie Industrie- und Bankmanager. Dabei hinterlassen die Mitglieder kaum kriminaltechnische Spuren und agieren unauffällig. 1992 führt eine Versöhnungsinitiative von Bundesjustizminister Klaus Kinkel dazu, dass die RAF eine Art Gewaltsverzichtserklärung verfasst. 1998 erklärt die Terrorgruppe schließlich ihre Selbstauflösung über eine Presseagentur. Die Ex-Mitglieder tauchen unter, begehen aber weiterhin Raubüberfälle. Jahrzehntelang fahndet die Polizei nach ihnen bis zum...